Ich bin so was von bereit für den Scheiß. Irgendjemand hat dir gefurzt. Mein Nittertürchen ist fest verschlossen. Wer war's denn dann? Hört auf zu decken, er schwarz, oder was? Nee, 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 nee. Setz nicht immer raus, schwarz. Sie war's. Es kam tief, tief aus dem Pit. Ey, 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 ey. Hint fort mit euch. Oui, oui, ungefähr so. Bitch, das geht's. Und ich kennst du nicht Chris Tucker? Fast niemals das Radio eines schwarzen Mannes. Steig bitte in dein Auto. Ja, aber welches ist denn mein Auto? Draufgeschissen, jetzt wo ich deinen Arsch gesehen hab, ist alles wieder gut. McDonalds! McDonalds! Ich war im Knast, hab 40 Kilo abgenommen. Ich war bei KFC-Liner, 20 Kilo zugenommen, aber alles Muskelmasse, weil die Hina gespritzt sind. Robert, guck mal, was ich kann! Wie hat sie das denn? Das kann doch gar nicht sein. Warte mal. Niem nom nom. Niem nom nom. Das kann ich, ich muss eigentlich nur niem nom nom. Niem nom nom nom. Nies leichter als das. Jetzt bin ich dran. Jetzt kommentier es. Ja, dieses wird's nicht. Ich mach einen Dreh, ich mach einen Dreh, ich mach einen Dreh. Drehen in der Haar, drehen in der Haar. Guck mal, ich mach ihn ganz schnell. Ich drehe um. Man hat gesehen, du warst sehr gut vorbereitet. Was ist der Unterschied zwischen dir und allen anderen Spielern da draußen? Naja, ist ganz simpel. Ich bin halt keine Bitch. Weißt du, die Leute gehen halt so aufs Klo und die denken sich halt so, die Scheiße läuft von alleine, aber ohne Druck entsteht da nichts. Und darauf basier ich alles, was ich tue. Also ich geb Druck. Und komme, was wolle. Die Scheiße muss laufen, die Scheiße muss fließen, flutschen. Ich mein, sei Wasser, mein... Okay, gut erwischt, Leute, aber ich bin trotzdem keine Bitch. Würdest du jetzt mal bitte an meinem Lämpchen reiben? Nein, ich will echt nicht wissen, was da rauskommt. Leute denken, das ist blau und aber ist eigentlich flüssig und trifft immer ans schwarze. Ich schick sie alle zu sie left, zu sie left. Alle wollen sie mich, doch sie kriegen mich nicht, denn ich bin 16 und ihr seid alte Pedos. Schau, das ist so, ja, Pedofabot. Nja, ha! Nja, ha! Nja, ha!